In diesem Video zeige ich dir das günstigste Grundangelset, was man sich im Game zusammenstellen kann. Also rennen wir los ab zum Angelgeschäft und dort kaufen wir uns die günstigste Grundangelroute, die es im Game gibt. Wir gehen rein hier und suchen nach Angelrouten, gehen dann runter auf die Fiederrouten, das sind die Grundangelrouten und da gehen wir rein und suchen dann hier die Sorrento. So, das ist sie, Sorrento FD100 ist die günstigste Grundangelroute im Game. Die anderen brauchen wir nicht zu nehmen, die sind nicht wirklich besser, sie sind bloß ein wenig länger und die Länge ist im Game oder für die Routen entscheidend. Wenn man weiter auswerfen will, brauchen wir alles nicht am Anfang, deswegen sparen wir uns da ein bisschen Silber und nehmen einmal hier die Basis. Ich kaufe das Ding jetzt einfach nur einmal, um es zu zeigen und zusammenzubauen, denn wo wir später darauf hinarbeiten, ist ein etwas anderes Set. Das zeige ich dann in einem anderen Tutorial. Wir haben die Route gekauft, jetzt benötigen wir natürlich noch ein bisschen Zubehör. Das heißt, wir brauchen zu der Route noch ein Blei, wir gehen zu den Wirbelbleien, nehmen hier so ein Basis-Wirbelblei, nehmen wir auch hier einfach das günstigste mit 15 Gramm. Und ein Silber 20, dann brauchen wir vielleicht noch, also es ist optional, es ist nicht zwingend notwendig, aber vielleicht noch ein Bissanzeiger. Den nehmen wir der Einfachheit halber auch nochmal mit, 2,90. Wenn du da ganz doll sparen willst, kann man das auch ohne machen, aber mit Bissanzeiger ist das schon deutlich angenehmer. Wir gehen mal kurz ins Inventar und versuchen das Set schon mal, soweit es geht, zusammenzubauen. Und hier ist sie ja, die Sorrento. Und dann haben wir hier auch die ganzen Komponenten und wir sehen hier auch schon als oberstes die Angelmontagen. Wir starten mit der einfachen Grundmontage und je weiter wir im Grundangeln mehr Skills kriegen und weiter fortschreiten, desto höhere und bessere Montagearten können wir auch irgendwann hier einstellen. Wir rüsten als erstes eine Rolle aus und da haben wir jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal die Rolle im Inventar von der Spinningroute. Und wenn wir sagen, wir wollen ja gar kein Spinning machen, können wir natürlich diese Rolle hier abbauen. Das heißt, die Rolle geht hier runter und dann tun wir die Rolle hier dran. Das ist eine Stationärrolle und diese Stationärrollen kann man eben für Spinning verwenden und auch fürs Grundangeln verwenden. Das ist der Riesenvorteil bei diesen Rollen. Deswegen nutze ich auch im Endgame immer noch häufig oder fast ausschließlich diese Stationärrollen und im Spinning so gut wie gar nicht Baitcastrollen. Also schauen wir uns die Daten der Route einfach mal an. Wenn das bei dir noch nicht offen ist, drückst du hier oben auf das I und öffnest damit das Informationsfeld. Wir sehen hier zum einen das Wurfgewicht, was zwischen 20 und 100 Gramm ist. Dementsprechend leicht rüsten wir dann gleich ein Blei aus, beziehungsweise auch die Köder, die wiegen ja auch. Aber da haben wir genug Spanne, 20 und 100 Gramm, da kommen wir nicht ans Limit. Die Länge ist vielleicht auch nochmal ganz entscheidend. Wenn man später sehr weit auswerfen will, kann man vielleicht ein bisschen längere Routen nehmen. Jetzt für den Anfang überhaupt nicht wichtig. Tragfähigkeit von 4,6, das ist wichtig. Und da müssen wir wirklich drauf aufpassen, dass wir das Set richtig zusammenbauen. Wie man Sets richtig zusammenbaut, auch beim Spinning oder für Posen, auch dazu gibt es schon Tutorial-Videos. Wenn dich das interessiert, einfach mal auf dem Kanal schauen. Auch bis hin zum Karpfenrutenangeln gibt es da sämtliche Tutorials schon, wie man die Sets richtig zusammenbaut. Wir bauen das hier nichtsdestotrotz mal ordentlich zusammen. Also, Tragfähigkeit 4,6 Kilo. Die Bremskraft der Rolle bleibt am besten nochmal da drunter. Wir sind hier also bei 3 Kilo. Wäre sie zu hoch, die Bremskraft, könnte es sein, dass die Rolle, die Rute zerbricht. Wollen wir also nicht, deswegen bleiben wir da drunter. Genauso auch unterhalb der Tragfähigkeit der Rute bleibt die Schnur. Bedeutet also auch da, die Schnur darf nicht zu schwer oder zu stark sein, nicht, dass uns die Rute bricht. Dann haben wir hier diesen Bissanzeiger gerade gekauft, der kommt drauf. Dann haben wir hier einen Wirbelblei oder Futterkorb. Das können wir von vornherein schon variieren. Zum Futter und Futterkorb kommen wir dann natürlich in einem extra Tutorial. Und bis wir Futter herstellen, verwenden wir erstmal das normale Blei. Vorfächer müssen wir später erst verwenden oder können wir auch später erst verwenden. Verwenden wir jetzt anfangs noch nicht. Wir haben auch eine monophile Schnur drauf. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Monophile Schnur ist im Wasser nicht so super gut sichtbar wie zum Beispiel geflochtene Schnur. Ja, dann machen wir noch einen Haken drauf. Und dann nehmen wir hier einfach mal so einen 14er Haken und nehmen einen Regenwurm. Bester Köder. Und so ist das Set jetzt eigentlich schon zusammengestellt. Was wir hier hinter dem Zahnrad noch versteckt sehen, sind ein paar Informationen zum Verschleiß sozusagen. Das bedeutet, ich hatte in den anderen Tutorial-Videos ja schon Verschleiß dadurch, dass ich dicke Fische gedrillt habe. Und da sehen wir jetzt schon den Verschleiß tatsächlich auf der Rolle. Hier haben wir die Rolle, hier haben wir die Route. Bei der Route ist noch alles 100% in Ordnung. Der Blank, also der Stock hier sozusagen an sich, der ist noch top in Schuss. Die Schnurlaufringe, wo die Schnur immer durchläuft. Dadurch, dass wir eine Monoschnur verwenden, haben wir da wenig Abrieb. Das heißt, auch da bleiben die Ringe ziemlich lange gut in Schuss. Und der Handteil sowieso, da habe ich bisher eh kaum noch Verschleiß irgendwo mal drauf gesehen. Auch nach Jahren nicht. Also das ist alles noch top in Ordnung. Verschleiß, ihr könnt diese Routen hier wahrscheinlich monatelang, wenn nicht sogar noch länger, übelst durch, hart gebrauchen. Und der Verschleiß wird noch lange nicht irgendwie so sein, dass man da was austauschen müsste. Ja, bei der Rolle sieht es dann ein bisschen anders aus. Wir sehen jetzt hier schon einen leichten Verschleiß nach wenigen Fischen. Das heißt, wir haben Ölverbrauch schon auf der Spule. Die Spule an sich hat schon ein bisschen Verschleiß. Die Bremse ist natürlich schon runter, dadurch, dass hier dicke, fette Brocken reingestiegen sind. Im letzten Spinning Tutorial habe ich diese Rolle ja verwendet. Und ihr seht, der letzte dicke Rapfen, der hat da schon ordentlich Verschleiß dann wieder drauf gebracht. Das Getriebe und das Kugellager, auch das hat natürlich ein bisschen gelitten. Alles in allem, aber noch nicht so viel. Wenn wir hier überall so im Bereich von vielleicht 30% Verschleiß sind oder so, dann sollte man mal reagieren. Also, wir benutzen die Rute. Drücken wie immer die Taste U, haben hier die Rute, legen die uns mal auf die Taste 3 und gehen zum Wasser. So, da sind wir angekommen an dem Spot, an dem wir jetzt seit Tagen schon angeln. Und wenn wir jetzt hier die Route sehen, kann das Grundangeln losgehen. Was machen wir als erstes, wenn wir uns nicht sicher sind, wie viel unsere Route trägt, wie unser Set zusammengebaut ist, ist das erste, was wir machen, die Bremse runterstellen. Standardmäßig ist die Bremse, wenn man einloggt, auf 16 eingestellt. So wie das Set momentan zusammengebaut ist, sollte das auch alles problemlos funktionieren. Wenn ihr euch einfach nicht sicher seid mit der Bremse, reißt euch was ab oder nicht, ist halt immer die Frage. Bremse locker eingestellt ist immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich stelle die langsam wieder hoch, aber nicht so hoch, dass mir halt was abreißt. Deswegen das erste, erstmal die Bremse runter, vielleicht so hier auf eine 10 oder so. Und dann werfen wir mal locker aus. Guck mal, wie weit das so erfliegt, hätte ich gar nicht so weit werfen müssen. Ich werfe, ich kurbel direkt nochmal wieder ein. Und ich will hier vorne so vor das Schilf werfen und da reicht hier sogar so eine Viertelumdrehung. Was man natürlich auch machen kann, wenn wir sagen, okay, da vorne, das sind vielleicht 7, 8 Meter. Steuerung plus Minus. Ihr seht in der Mitte, das ist dieser Schnurclip. Das ist dann interessant, wenn wir mit Futtermischer arbeiten. Jetzt machen wir mal so auf 10 Meter. Zack. Und wir gehen auf maximal 10 Meter. Die Bremse ist locker eingestellt. Ich lege die Route auf den Boden, auf den Grund, denn wir wollen ja im Idealfall irgendwann drei Stück von diesen Routen haben. Und wenn wir uns das hier anschauen, sehen wir hier schon weitere Informationen. Route aufheben, klar, mit E. Die Schnurstraffen, das ist auch immer ganz wichtig. Wir drücken Y, bis es dann einmal kurz bimmelt oben. Dann ist die Schnur schön straff. Und sobald dann ein Fischi dann dran geht, hören wir sofort, dass es bimmelt. Das ist halt immer ganz gut, dass wir da auch nichts verpassen. Dann könnten wir, aber es bimmelt gerade schon los, wir könnten mit K den Bügel öffnen. Ich zoome da mal eben dran. Aber ich glaube, wir holen erstmal den Fisch raus, ne? Ja, der zieht auch gerade schon ab. Und jetzt, ich warte nochmal ein bisschen, bis die Routenspitze auch richtig runter ist. Es kann sein, dass der jetzt gerade weg ist. Wir verfolgen gerade mal ein bisschen mit den Augen auch da oben die Schnur. Die bewegt sich ja schon, das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, und jetzt, wenn gleich die Routenspitze richtig runter ist. Zack, jetzt heben wir auf. Ich drücke immer die Taste R, Gewohnheit, und dann mit der linken Maustaste einkurbeln. Warum R? Zack, neue Errungenschaft, erster Fisch auf Grund. Warum R? Beim R ist es so, ich kurbel nochmal eben ein, mit der Taste R, wenn wir R gedrückt halten, können wir die Einholgeschwindigkeit verändern. Das können wir aber nur dann machen, wenn kein Fisch dran ist. Sobald ein Fisch dran ist, kommt diese Fehlermeldung. Das ist für mich einfach immer so, diese Rückversicherung. Ist der Fisch auch wirklich dran? Hat er gehakt? Deswegen drücke ich R, es kommt unten die Fehlermeldung. Der Fisch ist dran. Also raus damit. Ungefähr auf 10 Meter jetzt hier so wieder. Bügel zumachen. Eine Umdrehung habe ich jetzt mit der linken Maustaste nach vorne gemacht. Ich stelle ab. Y nochmal nachstraffen. Wir können, wie gesagt, wenn man hier ranzoomen, wir können natürlich auch mit K den Bügel öffnen. Das ist interessant fürs Posenangeln vielleicht eher. Wenn ihr mit der Pose und einer solchen Rolle hier unterwegs seid, Stationärrolle und dann mit einer Bollo- oder Matchroute, dann ist das so, dass man da eben auch den Bügel vielleicht aufmacht. Die Fische ziehen erstmal mit der Pose ein bisschen weg, bevor es dann hakt. Und dann geht man erst rein, macht den Bügel wieder zu und dann hat man den Fisch gehakt. Also jetzt beim Grundangeln ist das vielleicht nicht wichtig. Wir können mit der Taste G dann nochmal ins Detail reingehen. Wir gucken hier einfach nochmal rein. Was nämlich auch passieren kann ist, dass ein Fisch hier rumnübbelt an unserem Wurm und dann steht er auf einmal im Chat hier neben uns ausgeschlitzt. Und wenn wir jetzt mit drei Routen unterwegs sind hier und irgendwo ist ein Fisch ausgeschlitzt, dann gucken wir einfach mal kurz rein. Na, ist der Wurm noch dran oder nicht? Wenn der Wurm noch dran ist, dann müssen wir auf der nächsten Route gucken oder auf der nächsten Route. Da, wo der Köder ab ist, da an der Route war dann quasi der Ausschlitzer. Das heißt, der Fisch hat den Köder weggefressen, ist abgehauen und die müssen wir natürlich dann erneut wieder reinwerfen. Und es zubbelt auch wieder los. Ihr könnt euch vorstellen, also von der Frequenz her ist es wirklich gut und es ist tatsächlich auch das leichteste, die leichteste Angelmethode im Game. Drei Grundrouten nebeneinander, so ausgelegt, ist halt wie gesagt das entspannteste Angeln. Wichtig ist einfach immer nur darauf zu achten, dass die Bremse richtig eingestellt ist, dass man mit dem Fisch auch da in den Drill geht. Einen super Drill hatte ich im letzten Spinning Tutorial gezeigt, wenn nicht das interessiert, da am besten nochmal reinschauen. Ähnliches Drillverhalten und Drillen und Lenken der Fische zählt natürlich auch fürs Grundangeln, ähnlich wie beim Spinning. Da ist dann quasi kein Unterschied im Drill. Ja, das war jetzt sozusagen das günstigste Set. Eine andere Möglichkeit, sich dieses Set zusammenzustellen, ist es, wenn man sich die Route kauft und man sich die Rolle vom Spinning Ersatz Set holt. Dieses Spinning Ersatz Set finden wir ja hier am Waldsee. Dafür reisen wir quasi zum Waldsee. Dann gehen wir hier zum Haus und drücken am Haus einmal die Taste G und bekommen dann das Spinning Ersatz Set. So, ich schaue mal eben ins Inventar. Hier haben wir die Ersatz Spinning Route. Ich hatte das vorhin schon einmal kurz gemacht und hier ist die Rolle dazu mit einer Bremskraft von 4,5 Kilo. Nachteil, sie ist halb kaputt. Das heißt, die klackert schon ganz übel, aber man kann sie trotz allem noch weiterhin verwenden. Wenn ihr euch diese Rolle und das Set zweimal holen wollt, geht ihr kurz hier ins Haus rein, geht auf den Rucksack oben, geht unten auf den Pfeil, Spinning Route, Steuerung, UDSSR Rolle und dann hier unten auf das Zeichen ins Haus legen. Jetzt ist es aus dem Inventar raus. Ihr könnt alle 24 Stunden Ingame Zeit, also einmal am Tag, euch ein Ersatz Set holen mit G oder eben mit Y, eins von beiden. Und jetzt könntet ihr quasi euch das nochmal holen in der nächsten Stunde. Dann hättet ihr schon zwei von diesen Rollen. Ich nehme die jetzt mal mit und wir bauen uns das Set nochmal zusammen mit dieser Rolle. So, und dann sind wir schon wieder an unserem Spot. Jetzt drücke ich nochmal U. Wir sehen hier auf A3 haben wir unsere Grundroute. Ich drücke V und kann dann hier jetzt Komponenten austauschen. Entweder den Haken, den Köder oder eben die Rolle. Wir nehmen mal jetzt hier diese Rolle mit 4,5 Kilo an Bremskraft. Wir sind natürlich genau passend. Wir haben hier 4,6 Kilo, 4,5. Wir könnten hier tatsächlich noch eine Schnur drauf machen, die ein bisschen mehr Tragfähigkeit hat. Theoretisch müssen wir aber nicht. Mit 3,1 kommt man hier an dem Gewässer ganz gut zurecht. Haken und sowas lassen wir alles so wie es ist benutzen und dann werfen wir hier aus. Und was haben wir vergessen? Richtig. Wir müssen die Bremse richtig einstellen. Heißt also da, Bremse erstmal wieder runter. Und ihr hört schon, es klackert übelst das Getriebe. Denn wenn wir hier mal jetzt schauen auf dem Zahnrad im Detail, das Getriebe ist komplett durch. Das Kugellager ist durch. Und die Bremse hat auch tatsächlich nur noch 50% Bremskraft. Also gedacht 4,5 Kilo Bremse. Wir sind bei 2,25 Kilo Bremskraft nur noch. Nichtsdestotrotz legen wir die Route jetzt erstmal so ab. Spannen das hier mal ein wenig so an. Und haben jetzt hier eine andere Möglichkeit, dieses Set super günstig zusammenzubauen. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich die Route. Dann nehmen wir auch wiederum oben den Bissanzeiger. Eine Schnur nehmen wir natürlich auch mit. Passender Haken, Köder. Und dann wie gesagt hier diese Ersatzrolle. Für den Anfang absolut möglich. Denn die Fische hier sind ja alle nicht so groß am Windenbach. Und die können wir auch damit gut rausziehen. Zack, Barsche angeln, Alter. Das ist das günstigste Set im Game. Günstigste Route, Gratisrolle da drauf. Und das ist quasi wirklich basic. Man kann natürlich auch direkt etwas höher einsteigen. Das heißt, man gönnt sich dann das Fiederset Start. Mit dem Fiederset Start hat man ein bisschen länger was vom Grundangeln. Allerdings kostet das Fiederset Start, hier ist es, auch 149 Silber. Könnte ich mir bald kaufen. Ich habe ja jetzt schon 142 Silber zusammen. Das heißt, noch ein paar Fische verkaufen, dann reicht es tatsächlich schon. Die Frage ist einfach immer, wohin soll die Reise für dich gehen? Möchtest du hauptsächlich Grundangeln machen, dann lohnt es sich vielleicht tatsächlich darauf hin zu sparen. Willst du vielleicht einen Allroundangler haben, dann würdest du neben der Grundangeln jetzt gleichzeitig hier am Gewässer noch mit der Stippe stehen. Oder gleichzeitig mit der Spinningroute stehen. Was ein sehr schneller Weg ist, ist tatsächlich nach diesen Grundrouten hier ab Level 12 dann in Richtung Spinning zu gehen. Und beim Spinning geht man dann am schnellsten eben an den Belaya und macht dann am Belaya richtig viel Silber mit Forellen, beziehungsweise auch mit den Eschen und Döbeln, die da drin sind. Das wäre so der schnellste Weg. Wenn ihr allerdings sagt, Grundangeln alleine, dann würde ich sagen, geht man im Idealfall direkt eben auf das Fiederset Start und geht dann von da aus ab Level 12 an die alte Festung und angelt dann da zum Beispiel auf Brassen. Schöner, feister Giebel. Sehr schön. Ordentlich XP hat er auch gebracht. Grundangelskill hat er nach oben gepusht. So soll das sein. Direkt wieder raus mit der Route. Zack. Abstellen auf der Taste 0 oder auf die Maus, auf die Daumentaste habe ich das ja gelegt. Stramm ziehen hier und weitermachen. Wenn das Ganze bis hierhin geholfen hat, dann doch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke reinballern, damit du auch die nächsten Tutorial-Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri. – Bis zum nächsten Mal.